Zwei zu meinen Leuten Zwei zu meinen Füßen Was ist das für eine Geschichte? Hopp, 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 gelopp, lopp, lopp, mein Besinkaul So wie ich's mag, nicht Tag, ich bin kreuz und quer durch Häuschen her So wie ich's mag, nicht Tag, ich bin kreuz und quer durch Häuschen her Und die Dich auf Mullis und Eim gemacht Bogus, Bogus, Hexenschuss Wer dich und sich triecht der Flus Ich wer vorwärts Punkt zu Rieg An dich mit dem Bösenblick auf den Knospen-Henz. Ja, bei Tag, hoch raus zum Hexenschlaus, im Knieser-Klas, am Knospenhaus. In der Lein, aus in der Lein, mit Zauberkuchen plockt sie hinein. Stimme gesinnt, ergreift sie geschwind, durchs arme Kuchenknospen beginnt. In den Ofen hinzell, schiebt die Hexe mit schnell, ankommen zu stellen, gebräunert das Fell. Aus dem Ofen, aus dem Ofen. Wir wollen ja heide zum Hexenritt. Die Hexenritts Die Hexenritts Die Hexenritts